Einen schönen Toyota, das ist eine Celica, eine ganz seltene übrigens. So dann, jetzt kommt der Zeug und dann sind wir recht gut, das ist hier. Wir haben einen sensationellen Start, das gibt's doch nicht. Und da beschleunigt er sie alle aus und zieht sogar schon ein bisschen weg oben am Sprung. Eddie Schulze im Moment auf drei, da kommt der quer über den Sprung, ist jetzt direkt hinten am Heck von Andreas Füchst. So, aber Uda Vossmann in Führung und dann macht er sich gleich ein bisschen frei. Und ich glaube, dass der Dirk Petersen da auch gut weggekommen ist. Na, schauen wir mal, die sie da jetzt alle hier wieder ins tiefe Tal wieder fallen. Hallo, Herr Lohda Vossmann, das ist der Führer, der hat sich noch ein bisschen frei gemacht. Ja, nein, das ist hier, das ist ein wunderbarer Zug, genau hier, ich glaube, diese Bedingungen. Und dann kannst du natürlich auch mal ein bisschen ins tiefere Geläuf. Und das ist immer noch kein Problem. Na ja, er hat das aber auch noch ein bisschen verhalten, denn die Führung Andreas Füchst dahinter. Ich glaube, Eddie Schulze ist nur noch auf der Vier. So, das sieht toll aus, sieht aggressiv aus. Dieser Vendor, was ist dieser Vendor, wozu was, man sitzt da gerade so wirklich. Von jetzt an. Jetzt an. Hier in die Podium ist das Einzelnen, das ist ein Ze구�stück. Jetzt müssen wir jetzt hier in die Hörsen, die Hörsen. Ja, und dann geht es jetzt im VW Golf II, dem VW Rallye Golf. Man sieht es an den beiden Backen, auch der Atom-Ton, wie gesagt, dieses, glaube ich, ist eigentlich kein Auto, schon seit hier am Start steht. So, dann muss man das machen. Sie haben zu spät, aber jetzt steht er gerade an den Schuss und 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 an den Schuss. Dann ist er gerettet und ist dann jetzt wieder auf den Weg aus der Fallse heraus. Längst heraus ist die Spitze. Und dann sagt er nicht schon so schön, nein, komm, ich fährst. Komm, ich fährst. Komm mal. Okay, schnellste Runde übrigens für Eddie Schutzen, 36 ab. Also der wird jetzt auch richtig warm, aber jetzt ist es vielleicht ein bisschen spät. So, Olaf Ostmann geht jetzt in seinen letzten Punkt. Das war es dann ganz besorgen. Da war es dann, dass wir so einen Fehler, wenn er fehlt, dass wir gerade ein bisschen vorweg ziehen können. Und wenn die Schutze hat, so was geht ins meine Luft bekommen. Leicht kann er nochmal aufschließen und auch das Freikämpfen. Und dann haben wir hier, der Markus Geyer, jetzt wissen wir auch noch, dass wir alle ziehen lassen müssen. Und dann hier, um diese Linkskurve, um diese extreme Kurve, da kommt er dann natürlich nicht herunter. Olaf Ostmann scheint immer schneller zu werden, augenscheinlicher. Und dann ist er heute, das geht jetzt ganz so warm nach Hause, dass er da gut gemacht hat. Und dann ist er schon jetzt eine Runde zu früh schoss, würde ich mal sagen. Zur schnellste Runde schon wieder Eddie Schulze, 36,5. Also da, wie gesagt, hat er dann gegen Eddie, das ist jetzt nochmal richtig zugegeben. So, Glückwunscher war Olaf Ostmann, aber er ist fürstsauere Leistung und er hat ebenfalls eine gute Leistung hier abgelegt. So, wir wischen mal kurz drüber auf der Startplatte und dann geht es weiter mit der zweiten Gruppe.